Welche Eigenschaften formen Deinen Charakter? Deine Wahl verrät es. Hast Du Lust auf einen Persönlichkeitstest, der Deine markantesten Aspekte ans Licht bringt? Dann ist unser heutiger Beitrag genau das Richtige für Dich. Wir möchten Dich heute wählen lassen, und zwar aus fünf verschiedenen Formen, die wir Dir im Bild zeigen. Welche davon Dich spontan anspricht, offenbart ein paar interessante Geheimnisse Deines Wesens. Wenn Du noch nicht Teil unserer Gemeinschaft bist, dann laden wir Dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Beiträge mehr zu verpassen. Nr. 1 Das Quadrat – fleißig, strukturiert und verlässlich Hast Du Dich spontan für das Quadrat entschieden, bist Du ein bestens organisierter Typ. Du hast Dein Leben im Griff und triffst meistens die richtigen Entscheidungen. Allerdings überlässt Du dabei auch nichts dem Zufall. Du bist fleißig, hochmotiviert und immer am Ball. Diese Kombination an guten Gaben schickt Dich von vornherein schon als Sieger an den Start. Andere Menschen wissen, auf Dich kann man sich felsenfest verlassen. Passiert dann doch einmal was, was Dein Weitblick nicht hat kommen sehen, bleibst Du die Ruhe in Person. Du überlegst genau, welche Schritte Du als nächstes setzt und wo diese Dich hinführen werden. Überraschungen sind in Deinem Leben daher fast ausgeschlossen, außer die angenehmen natürlich. Wer so tief verwurzelt ist mit seinen Werten, steht mit beiden Beinen im Leben. Erschüttern oder umhauen kann Dich daher so schnell nichts. Das führt jedoch dazu, dass Du von anderen Menschen dieselbe Handschlagqualität erwartest, wie man sie von Dir erhält. Und hier könnten Enttäuschungen lauern. Nummer 2 Das Dreieck Unabhängig, fokussiert und verantwortungsbewusst Spricht Dich spontan das Dreieck an, bist Du ein sehr smarter und fokussierter Typ. Du hast alles im Blick und immer einen Plan. Wenn Du neue Projekte angehst oder Dir etwas vornimmst, wird es aller Wahrscheinlichkeit nach gelingen. Du bist nämlich sehr problemlösungsorientiert und weißt, was Du kannst und wo Deine Schwächen liegen. Diesen stellst Du Dich ohne zu zögern, denn Dein Verantwortungsgefühl ist sehr ausgeprägt. Es käme Dir niemals in den Sinn, Dich zu drücken oder die Schuld, jemand anderem in die Schuhe zu schieben. Das macht Dich sehr sympathisch und öffnet Dir die Tür zum Herzen Deiner Mitmenschen. Diese magst Du grundsätzlich sehr gern. Aber wenn Du es Dir aussuchen kannst, bleibst Du lieber allein. Gemeinschaft und Zweisamkeit kommen Deinem überbordenden Bedürfnis nach Freiheit und Unabhängigkeit nämlich schnell in die Quere. Abgesehen davon muss jemand wie Du natürlich erst jemanden finden, der mit Dir Schritt halten kann. Und bremsen lässt Du Dich von nichts und niemandem. Nummer 3 Der Kreis Spontan, begeisterungsfähig und loyal Hat es Dir der Kreis besonders angetan, bist Du eine treue Seele. Deine Loyalität kennt keine Grenzen. Und wer auf Dich baut, hat gut gewählt. Dein Umfeld liebt Deine Fähigkeit, Dich hemmungslos für eine Sache einzusetzen, wenn Du sie für gut befunden hast. Du gibst dann alles und es fällt schwer, sich Deiner Euphorie zu entziehen. Menschen wie Du sind ein wahrer Segen für alle Ehrenämter und karitativen Vereinigungen. Denn Du stellst das Gemeinwohl ohne zu zögern vor Dein eigenes. Man kann Dich aber auch zu spontanen Abenteuern und Experimenten verführen, wenn man weiß, welche Knöpfe man bei Dir drücken muss. Als Freundin oder Freund bist Du der Typ zum Pferdestehlen und Feiern bis zum Morgengrauen. Aber Du hast auch viel Verständnis und immer ein offenes Ohr für Deine Lieben. Das Leben ist für Dich ein Spiel und genau diese Leichtigkeit führt dazu, dass Du fast immer im Gewinnerteam zu Hause bist. So richtig die Petersilie verhageln kann Dir kaum etwas. Nummer 4 Das Rechteck Harmoniebedürftig, fröhlich und fürsorglich Wenn Du Dich für das Rechteck entschieden hast, bist Du ein fröhlicher, optimistischer Typ. Du magst es am liebsten, wenn Dein Leben ruhig verläuft und keine außergewöhnlichen Vorkommnisse nach Deiner Aufmerksamkeit verlangen. Ist dann doch einmal Feuer am Dach, kann man auf Dich bauen. Du bist sehr fürsorglich und liebevoll, manchmal vielleicht ein wenig zu sehr. Menschen verlassen sich blind auf Dich. Und das kann dazu führen, dass Du selbst ein wenig zu kurz kommst. Um des lieben Friedens willen jedoch, sagst Du häufig nichts, wenn eine klare Ansage die bessere Wahl wäre. Dir ist es nicht wichtig, was andere über Dich denken, solange Dein Leben von Frieden, Harmonie und Ruhe geprägt ist. Wer Dich ärgern will, muss sich so einiges einfallen lassen. Meist aber macht es den Menschen gar keinen Spaß, Dir Böses zu wollen. Denn fiese Absichten prallen an Deiner gefestigten Persönlichkeit einfach ab. Am liebsten umgibst Du Dich mit Gleichgesinnten, die ihren Seelenfrieden ebenfalls über alles andere stellen. Nummer 5 Die Zickzacklinie Fantasiebegabt, tolerant und kreativ Wenn es das letzte Symbol auf unserem Bild ist, das Dich spontan in seinen Bann gezogen hat, dann trägst Du einen kreativen Kopf auf Deinen Schultern. Du hast viel Fantasie, bist schöpferisch absolut begabt und sehr offen. Dein tolerantes Wesen bringt Dich gut durchs Leben. Du hegst kaum Vorurteile gegenüber anderen und das bringt Dir viele neue Freunde. Deine Neugier ist unstillbar und wenn Du könntest, würdest Du jeden Tag etwas Neues ausprobieren. Menschen mögen Deine unkonventionelle Art, die Dinge anzupacken. Aber einige schreckst Du mit Deinen Ideen manchmal auch ein wenig ab. Für Dich ist alles interessant, was Du noch nicht kennst und was idealerweise auch niemand sonst bislang erforscht hat. Mit dieser Einstellung kommst Du gut durch Deinen Alltag, der alles nur nicht langweilig sein darf. Notfalls streust Du Dir selbst Konfetti und sorgst für die nötige Abwechslung. Pessimismus jedenfalls hat keine Chance bei Dir. Unser heutiges Fazit Welches Format hat Dein Charakter? Der Form halber sollten wir natürlich noch erwähnen, dass solche Tests hauptsächlich der Unterhaltung dienen. Wissenschaftlich fundiert sind sie nicht. Trotzdem ist es eine anerkannte Wahrheit, dass man von kleinen Entscheidungen, die wir täglich treffen, durchaus Rückschlüsse auf unser Wesen und unsere Persönlichkeit ziehen kann. Wir alle haben Stärken und Schwächen. Und wir alle müssen mit den Karten spielen, die uns das Leben in Sachen Charakter ausgeteilt hat. Wie wir das tun, liegt ganz bei uns. Ein gutes Leben ergibt sich bekanntlich aus der Summe unserer Entscheidungen. Und die Gelegenheit, hier klug und umsichtig zu wählen, erhalten wir jeden Tag aufs Neue. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald! Vielen Dank für's Zuschauen!